Musik 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 Schwarzelipp, meine sie sind ein Samson, ja, ho, 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 ho. Ja, ja, oh, 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 oh Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da nur die jahre, oh, oh, oh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Wir haben nie zu einem Amerikaner vorgegangen, und jetzt haben Sie uns geholfen. Wir haben dieses große Erdbeerenz sehr viel gemacht. Was wir so weit sehen, ist sehr großartig. Das große Erdbeerenz ist eine große Erdbeerenz. Die Menschen sind sehr herzlich und haben eine sehr schöne Erdbeerenz. Wir sagen von der Herd, wir haben ein paar Dank für die wunderbare Erdbeerenz. Wir wünschen uns die beste Erdbeerenz von unseren Community-Präsidenten. Er wünscht ihnen allen die Erdbeerenz und wüns ihnen allen die besten. Er sagt uns, dass wenn Sie nach Deutschland kommen müssen, Sie sollten ihn und Sie sind sehr herzlich willkommen. Jetzt ist die Zeit, wo es Gras und Flügel gibt, I think you need to hear it. Let's go out the middle. I think you need to hear it. 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 Amen. 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 Amen.